Franz Meerstock Toni Teufel Franz für Toni, bitte komm! und ihre Maschinen 320 PS Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder Auf sie ist Verlass Toni, rein! Die Mühle, die Karte durch! Die Mühle, die Karte durch! Willst du eine Teestube eröffnen, oder was? Genau. Für den Preis ist es spitze. Spitzenlage, Spitzenaussicht, Spitzenvergammelt. Voilà, une chambre. Ist ein bisschen klein, findest du nicht? So, da kommt ein Schreibtisch hin mit großem Sessel, ein Telefon, ein Telefax, ein Aktenschrank, ein Tresor und einen kleinen Sessel für Besucher. Mir gefällt's dir nicht. Also, wenn du meine ehrliche Meinung hören willst, ich hab gedacht, du besorgst was, was nach Firma aussieht und nicht so eine Puchtbude. Sobald wir expandieren, besorgen wir uns ein richtig großes Büro. Aber erst mal müssen doch Umsatz und Investitionen im vernünftigen Verhältnis stehen. Komm, ich kenn mich da aus. Ich hab das zwei Semester studiert. Was hast du nicht studiert? Alles, wofür es kein BAföG gab. Aber sobald wir merken, dass dieser Laden hier läuft, schaffen wir uns schon ein großes Büro an in Istanbul oder Ankara. Richtig mit Vorzimmerdame und Chefsekretärin für mich? Dann war sie schon da. Tag Toni. Guten Tag, die Herren. Eva Weiß. Hallo. Riese Gebauer. Franz Meersong. Hallo. Sehr angenehm. Ich hab euch doch schon mal irgendwo... Ah ja, auf dem Friedhof hab ich euch schon mal gesehen. Und ihr wollt in unsere Firma reinsteigen? Ja. Eva und ich haben uns schon einen Plan für das Konzept der Firma überlegt. Wenn wir Ihnen das mal erklären dürften. Also erst mal heiße ich Franz. Die meisten Leute sagen du zu mir, Riese. Guten Tag. Ja. Und zweitens schlage ich vor, dass wir die Gründung unserer Firma in einem hervorragenden Zwei-Sterne-Restaurant feiern. Nämlich da direkt gegenüber. Ja, los. im Regentail. Ne batterle. Na, dann hab ich das. cedli. Ey, derПierd. Da ist es, der Kerl kämpf. Kebal. Döner Kebal. Küçük, Küçük, Küçük. Meckmeck,振l, schme! Meinst du, Herr Markus? Jetzt erklärt ihm erst mal, was ihr vorhabt und dann werden wir es schon sehen. Ich finde, er macht einen richtig sympathischen Eindruck. Ah, das täuscht. Manchmal ist er ein richtiges Ekel. Lasst euch keine Geschichten erzählen. Das ist ein notorischer Lügner. Ja, kann man euer Konzept mal hören? Ja, gern. Soll ich? Das Nonplusultra einer guten Firma sind Werbung, Akquisition und Organisation. Für Organisation ist Eva zuständig. Ich kümmere mich um Werbung und Akquisition. Anzeigen in Zeitungen, Aufschriften auf Trucks, Stopper in Branchenbüchern, Videos etc. Dafür sind Investitionen erforderlich. Nach unseren Planungen dürften wir im ersten Monat mit 10.000 Mark auskommen. Diese Leerfahrten werden wir so weit als möglich ausschließen, indem wir per Computer einen Beladungsplan inklusive Zeitplan erstellen. So wie ich die Lage in dieser Gegend hier einschätze, werden wir im nächsten Monat eine Zuwachsrate von mindestens 400 bis 500 Prozent erreichen. Also, meine sehr verehrten Damen, als Direktor der International Transport heiße ich Sie in unserem auftrebenden Unternehmen herzlich willkommen und wünsche Ihnen, so wie auch uns, viel Erfolg. Als erste Amtshandlung lade ich Sie alle zu einem gewaltigen Dönerkebab ein. Mustafa! Langt zu! Tanıyor musun? Gidelim. 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 Was sag ich dir? Überall mit den Damen rumflirten? Das ist jetzt vorbei. Unsere Chefetage besteht selber aus Damen. Die schmeißen dich glatt raus. Aber türkische Küche testen ist jetzt auch vorbei. Jetzt werden wieder schön Stullen mitgenommen. Ey, bis jetzt habe ich meine türkische Küche noch immer aus der Privatschatulle bezahlt. Ja, fahr zu, ich will da einsteigen. Ja, fahr zu, ich will da einsteigen. Merhaba. International Transport, Ladung für Selçuk. Ausgrabungsarbeiten. Merhaba. Was heißt denn Ausgrabungsarbeiten auf türkisch? Archeologie. Ah, tamam. Sag mal, lernst du heimlich türkisch während der Fahrt? Nee, ich kann bloß mehr Fremdwörter als du. Das ist eben der kleine Unterschied zwischen uns beiden. Was du mit dem Kopf machst, mache ich nur mit dem ganzen Körper. Ja, ja, wenn man eine Bodenstange wie dich als Körper bezeichnen will. Ja, 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 ja. Was denn, du kannst schon losfahren? Du, fertig. Wie hast denn das gemacht? Das Glück des Tüchtigen. Moment, da muss ein Irrtum vorliegen. Der Tüchtige von uns beiden bin ich. Danke. Eine Stunde Pause. Akadash, bitte. Drei Papierchen, drei Stempelchen und ich kann weiterfahren. Ich habe jetzt ein Büro mit zwei Sekretärinnen. Ich muss arbeiten, sonst werde ich in meinem eigenen Laden wegrationalisiert. Jok. Jok. Weißt du was? Ich lasse mir so einen blöden Stempel selber machen. Mach mal eine Wette, wer hier da ist. Wieso? Willst du wieder verlieren? Hast du schon mal meinen Fahrzeugschein gesehen? Ich habe heute 100 PS mehr als du. Das kommt nicht auf die PS an, sondern auf die Fahrkunst, mein Junge. Lass mal es drauf ankommen. Okay, ich gehe in Ruhe einen Kaffee trinken und unterwegs warte ich dann irgendwo auf dich. Wenn du einen Staubwolke siehst, das war ich. Soll ich nicht lachen. Tag. Ich sehe gerade, du kannst mit dir das Fach nach Seltschuk. Ich habe da ein Problem. Mir ist der Wagen gestohlen worden. Ich muss dringend zu den Ausgabungsarbeiten. Kannst du mich vielleicht mitnehmen? Bist du Archäologe? Ja, nur so als Hobby. Eigentlich bin ich Taxifahrer. Steig ein. Danke. Wo kommst du denn hier? Hamburg. Und du? München. München, schöne Stadt. Bist du schon lange hier? Nee, noch nicht so lange. Ich heiße übrigens Toni Teufel. Bert Keller. Bert Keller. Bert Keller. Was machst du hier? Ich habe hier eine Firma und im Moment einen ganz guten Auftrag. Toni, wo bist denn du? Hier, die Straße am Meer. Ich wollte nur sagen, ich fahre jetzt los. Sei nicht traurig, wenn ich dich gleich überhole. Dafür gibt es ja andere Sachen, die du besser kannst als ich. Klar, und zwar halt die Sachen, die man in deinem Alter nicht mehr macht. Mit wem redest du denn da? Hast du jemanden bei dir? Ja, ein Hobbyarchäologen. Der kann mir leid tun. Wieso? Na hör mal, ein gebildeter Mensch, stundenlang in deiner Gesellschaft. Tschüss. Mein Partner. Was ist denn? Was ist denn? Ich war ihm da. Bist du? angeht? Nee, nee, nee. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Er verfolgt uns einer schon seit einer halben Stunde. Ja, und? Vielleicht fährt er in die gleiche Richtung. Das glaube ich nicht. Was ist los? Ich gehe auf die Neff. Ich gehe auf die Neff. Untertitelung des ZDF, 2020 End, Schätzle, mein Freund. Soll das ein Überfall sein? Die Schlüssel. Was willst du damit? Du kannst deinen Truck in drei Tagen bei der Deutschen Botschaft abholen. Tut mir leid, ich tue das wirklich nicht gern. Das freut mich aber. In drei Tagen hast du die Mühle wieder. Wo ist denn die Handbremse? Mist! Macht Spaß, ne? Scheiße. Also gut, ich bin kein Taxifahrer, ich bin Polizist. Ach, und deinen Ausmaß hast du natürlich vergessen. Den hat mir meine Dienststelle abgenommen. Du musst mir helfen. Ich stecke bis zum Hals in Schwierigkeiten. Siehst du das Brot da? Für ein paar Mark bringt sie sogar bis nach Griechenland. Ich muss unbedingt nach Seltschut und Zeugen finden. Es geht um mein Leben. Erzähl das, deine Oma. Die glaubt's bestimmt. Du musst mir helfen. Du musst mich mitnehmen, zumindest bis zum nächsten Dorf. Hier, eine Waffe. Kann dir nichts passieren. Ist doch Wahnsinn. Ich will das, meine Waffe. Untertitelung. Das ist eine Waffe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Gilt Ihr Angebot noch? Auto weg? GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich glaube nicht, dass wir ihn vor Seltschuk noch einholen. Als wir losgefahren sind, haben wir ein kleines Wettrennen verabredet. Jetzt drückt er natürlich auf die Tube. Junger Bursche, seine Maschine hat ein paar BS mehr als meine. Wir müssen es schaffen. Keller ist äußerst brutal und rücksichtslos. Ich habe noch niemanden gesehen, der so kaltblütig ist. Lange Zeit haben wir alle gedacht, der ist ein guter Kollege. Freundlich, hilfsbereit, integer. Er ist sogar schneller als andere befördert worden. Und dann waren wir mal gemeinsam bei einem Einsatz. Da habe ich gesehen, wie hier jemand zusammengeschlagen hat. Der war wie ein Wahnsinniger. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Sie machen einem ja richtig Angst. Wissen Sie was, wir fahren eine andere Strecke. Es ist zwar ein Umweg, aber wir haben keinen Verkehr und keine Polizeikontrollen. Vielleicht klappt es. Dann ist Toni hinter uns, wenn wir auf diese Straße zurückkommen. Ich gebe mal Gas. Ich gebe mal Gas. Dann ist es heute so. Ich gebe mal car Site. So. Ich gebe mal is就會. Ich gebe mal Gas. Was ist denn los? Siehst du nicht eine Polizeisperre? Keine Panik, wahrscheinlich eine ganz normale Verkehrskontrolle. Dein Pass? Dein Pass? Merhaba. Papiere. Wo fahren Sie hin? Feldschuk, Ausgrabungsmaterial. Wie lange dauert das noch? Kommt ganz auf seine Laune an. In Ordnung. Danke für. Wiedersehen. Heute hat er gute Laune. Wie lange dauert das noch? 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 WDR mediagroup GmbH So, ich wette, der ist hinter uns. Auf seiner Strecke sind jede Menge Polizeikontrollen. Wenn er nicht anhält? Der muss. Es gibt ein ungeschriebenes Trakergesetz. Das ist schon 200 Jahre alt. Wenn ein Kollege eine Panne hat, musst du ihm helfen. Wir haben doch gar keine Panne. Wir werden gleich eine haben. WDR mediagroup GmbH Das wäre mir mit Villas nicht passiert. Der hätte gestanden wie eine Eins. Hier, halte mal. Warum hältst du dich? Mann, ich kann nicht. Ich habe es eilig. Du kannst in Zukunft zehn Plattfüße auf einmal haben. Das geht mir am Hintern vorbei. Na und, wir machen Wettrennen, falls du dich noch erinnerst. Da fällt Reifenpanne leider unter Künstlerpech. Es sei denn, du gibst auf. Ja, ich gebe auf. Nee, nee, das glaube ich nicht. Du arbeitest sowieso nur mit faulen Tricks. Das ist doch wieder einer davon. Wie zum Beispiel bist du schon vor mich gekommen. Du hast mich gar nicht überholt. Ich bin geflogen! Siehste, sag ich doch. Nur faule Tricks. Wie weit noch? Ungefähr 100 Kilometer. Hat mal keine Angst. Wir sind schon vor deinem Kollegen da. Hast du es hier schließlich mit einem Profi zu tun? Sechs Milliarden Menschen leben auf der Welt. Die wollen alle essen und trinken. Und wir fahren ihnen den Plunder hin. Aber unser Truckerleben verkommt! Scheiße, der Motor ist heiß. Wir müssen irgendwo anhalten. Sonst fliegt uns die Kiste um die Ohren. Das schaffen wir nie. So was passiert nun mal. Außerdem haben wir diesen Ruland schon längst abgehängt. Sieht ja nicht gerade nach dem Schnelldienst aus. Naraba Ali. Naraba Ali. Kannst du dir den Motor anschauen? Ist irgendwie wieder heiß gelaufen. Ja. Schau mal da. Jetzt hat er eine Panne. Und was mach ich? Ich halte an, weil sich das überhört. Ich werde jetzt gerne mit den Keller schnappen. Schau mal da. Sie haben doch gesagt, Sie wollen diesen Zeugen finden. Wenn Sie sich jetzt den Keller schnappen, dann wird er Sie doch niemals dort hinführen. Das stimmt. Habe ich im Moment gar nicht dran gedacht. Ja, ich wäre ein guter Mann für die Kripo, was? Ich schlage vor, Sie bleiben jetzt hier und ich rede mit meinem Kumpel. Sagen Sie, Ihrem Partner, er soll vorsichtig sein und alles tun, was Keller von ihm verlangt. Ich werde ihm schon das Richtige sagen. Ist was Schlimmes? Nein, aber wo kommst du her? Ich komme daher, wo du herkommst. Und was machen die Probleme mit Frauen? Ich habe keine Probleme mit Frauen. Ich wollte dich warnen, Mensch. Für wofür denn? Dein Mitfrager ist ein Mörder. Du musst sehen, dass er hier verschwindet. Und zwar schnell. Und zwar ohne ihn. Wie kommst du jetzt darauf? Der Typ hat dir erzählt, dass er ein Polizist ist. Stimmt's? Ja. Ich habe auch einen Polizist auf dem Bock. Und der sucht diesen Keller. Und weißt du warum? Weil er ein Mörder ist. Wie heißt denn da? Ist das etwa Ruland? Ja. Und schon habe nicht ich einen Verbrecher an Bord, sondern du. Keller hat mir erzählt, dass Ruland einen Zeugen beseitigt hat. Und dass er jetzt hin und einen anderen Zeugen umbringen will. Toni, jetzt mach's doch nicht komplizierter als es ist. Der Mann, der bei dir mitfährt, ist das Leben gefährlich. Denk doch mal nach. Wir haben jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Du musst hier abhauen. Dieser Ruland, der kann dir erzählen, was er will. Die können uns beide erzählen, was wir wollen. Weißt du, wer die Wahrheit sagt und wer lügt? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ab, wen haben wir denn da? Ach. Ich wusste, dass du keine Chance hast. Du musst mich schon umlegen. Wenn du verhindern willst, dass ich Osmar nach Deutschland bringe. Ich habe dich gewarnt. Wenn du deine Nase zu tief in meine Angelegenheiten steckst, kriegst du Ärger. Du armer Irrer. Meinst du immer noch, ich bin der Einzige, der Geld kassiert? Du hast einen Mord begangen und dafür wirst du bestraft. Von dir? Ja. Hey, mach mal nach, ihr beiden. Aufhören! Wenn ich sofort schlussle, schieße ich nochmal und ich bin der schlechteste Schütze der Türkei. Könnte also sein, dass ich einen treffe. Keller, ich warfste Sie wegen Mordes an Ali K. Danke, meine Herren, dass Sie mir geholfen haben. Aber jetzt komme ich alleine klar. Geben Sie her. Glauben Sie ihm nicht. Er hat Ali umgebracht. Das kannst du deinem Richter in Deutschland erzählen. Du kannst es doch gar nicht riskieren, dass ich am Leben bleibe. Und wenn ich Osman finde und er außerhalb, dann verschwindest du hinter Gittern. Das ist hier keine Talkshow. Gebt mal her so'n Ding. So, wir wollen jetzt gerne wissen, wer von euch beiden das Dreckschwein ist. Zu dem Zweck fahren wir jetzt zu eurem Zeugen Osman, der wird die Sache in wenigen Minuten aufklären. Ist den Herren das so recht? Vorwärts. Und keine Dummheiten. Sie machen einen Fehler. Wenn Keller Osman erschießt, und das wir zu totalen Umständen versuchen, kriegen Sie eine Menge Ärger. Geben Sie mir die Waffe. Ich kann verhindern, dass ein weiterer Motor steht. Ich habe Sie nicht aufgefordert, mich in Ihren Krimi reinzuziehen. Aber nun bin ich mal drin. Und so lange bleibt der Revolver hier liegen. Pfoten weg. So, da wären wir. Ich bleib mit den beiden Herren hier, und du holst diesen Osman. Dann werden wir sehen, wer gelogen hat und wer die Wahrheit gesagt hat. Bring den Osman in die Kantine. Ich bestell dir inzwischen ein Bier. Okay, ich bei ihm. Vorrat, die Herren. Und derjenige von euch beiden, der gelogen hat, darf mir gleich fürchterlich einen ausgeben. Und derjenige von euch beiden, der gelogen hat, darf mir gleich fürchterlich einen ausgeben. Und derjenige von euch beiden, der gelogen hat, darf mir gleich fürchterlich einen ausgeben. Okay, danke schön. Bitte schön. Merhaba, Kennern. Ein Schischgebab, bitte. Zwei schöne kalte Biere für mich. Wir bleiben ganz ruhig. In wenigen Augenblicken herrscht Klarheit. Ich guck mal nach dem Essen. Er ist weg. Wie weit kann er noch nicht sein. Glauben Sie mir jetzt? Ich bleibe dir nicht so ungeduldig, Mann. Entschuldigung, ich möchte zu Osman Kara. Der soll hier sein. Osman? Kara, Osman? Ja. Ja. Der ist da hinten, weil er... Vor mir hier. Ja. Tag, Osman. So sieht man sich wieder. Was fühlen Sie vor mir? Nicht viel. Ich will nur verhindern, dass du irgendetwas über mich ausplauderst, was mich belasten kann. Ich hab nichts gesagt. Werde auch nichts sagen. Hat sie mal! Das ist er. Das ist Osman? Ja. Keine Bewegung. Wenn Sie einer von euch rühen, dann können alle ihn ab. Osman, wer von den beiden hat ihren Bruder umgebracht? Er. Ich hab eigentlich nicht vor, Sie beide auch noch umzubringen. Aber jetzt hab ich keine andere Wahl. Das verstehen Sie doch, oder? Die Waffe wächst, sonst ist Ihr Partner ein toter Mann! Aber das werden Sie doch nicht machen. Machen Sie keine Dummheit! Bleiben Sie stehen! Wir beide sind uns doch während der Fahrt menschlich näher gekommen. Gehen Sie her. Lassen Sie den armen Mann in Frieden. Nein, das macht kein Blut. Du kommst hier sowieso nicht raus, oder willst du uns alle umbringen? Es gibt sehr einsame Stellen in der Türkei. Da kräht kein Haar nach euch. Bleiben Sie stehen! Rennt! Das Leben bleibt! Rennt! Das ist leer. Also. Es gibt Geschichten. Die sind einfach saublöd. Gibt's denn sowas wie eine Belohnung? Ja. 10.000 Mark. Ey, hast du das gehört, Franz? Wir können Schluss machen mit der Fahrerei und werden Detektiv. Die Fahrerin. Die Sache hat nur einen Haken. Die Belohnung ist auf mich ausgesetzt. Na, so ein Pech. Hier sind die Kugeln. Hast du ja den überwältigt, für den es keine müde mag gibt. Müsse, müssen wir ja doch wieder arbeiten. Wir sehen uns in Adana. Ich schicke Ihnen gern mein Angebot zu. Ja, natürlich sind wir teurer, dafür sind wir aber auch schneller und zuverlässig. Und dann, wenn ich pünktlich liefere, dann bekommen Sie 20% Nachlass. Bayram Sadiqik. Desikür. So wie es aussieht, sind wir in diesem Monat schon ausgebucht. Die werden sich wundern. Tag. Und wo habt ihr die ganzen Sachen her? Das meiste ist aus deiner Wohnung. Ja, das sehe ich. Ja, und wie soll ich jetzt wohnen? Du wirst überhaupt keine Zeit mehr zum Wohnen haben. Für den Beruf muss man Opfer bringen. Haben wir etwa schon wieder einen neuen Auftrag? 42 Touren. 42 Touren? Wer soll denn das alles fahren? Na du, du hast ja die beiden schließlich auch engagiert. Ja, aber du warst doch einverstanden. Ja, aber da wusste ich noch nicht, dass das zwei Sklaventreiberinnen sind. Hier sind die Frachtpapiere. Abfahrt 5 Uhr früh. 5 Uhr früh. Justi. Musik 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 Musik